Hallo, ich bin Madita und ich mache ein duales Studium im Fach Business Administration bei ADEX. Ich befinde mich gerade im vierten von sieben Semestern. Neben dem Studium an der FOMM verbringe ich viel Zeit im Betrieb und durchlaufe dort unterschiedliche Abteilungen. Durch diese Einblicke habe ich meine persönliche Präferenz für mathematische und analytische Themen gefunden. Genau deshalb schätze ich auch die Unterstützung meiner Kollegen sehr. Sie stehen mir bei Fragen, egal ob thematisch zur Uni oder zu betrieblichen Fragen, immer zur Verfügung und unterstützen mich bei unterschiedlichen Themen. Während meiner Zeit hier im Betrieb bekomme ich viele Einblicke, die auch über meine Studieninhalte hinausgehen. Daher stehen mir nach meinem Studium dann auch viele Entwicklungsmöglichkeiten offen. Ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen und wenn ihr jetzt auch Bock auf ein duales Studium bei ADEX habt, dann klickt euch einfach in den Link rein.